Kennst du die Situation in deinem Alltag? Da steht irgendwas Leckeres. Es ist ein tolles Buffet angerichtet und du hast die Chance, jetzt noch ein richtig schönes Glas Wein oder ein tolles Bier zu trinken. Dann mach es. Aber ich verspreche dir, das wird Konsequenzen haben. Vor allen Dingen, wenn es nicht nur einmal, sondern immer wieder passiert. Und ich verrate dir jetzt, wie du diese kurzfristige Befriedigung durch langfristiges Glück eintauschst. Lust darauf? Dann bleib dran. Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Schön, dass du dir Zeit nimmst, insbesondere nach dem frechen Satz, den ich direkt zum Anfang gesagt habe. Mein Name ist Ben Bark. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler, Coach, Autor und Speaker. Vielleicht kennst du die ein oder andere Veröffentlichung von mir auch im Deutschen Ärzte Verlag, denn dort schreibe ich regelmäßig in einem Blog. Und was ich dir in diesem Video ganz persönlich nahe bringen will, ist, dass diese kleinen Versuchungen im Alltag immer mal wieder okay sind. Aber wenn sie zu häufig vorkommen, dann werden sie deine Gesundheit zerstören. Dein äußeres Erscheinungsbild wird dir nicht mehr gefallen. Deine Energie wird in den Keller gehen und am Ende wirst du Tür und Tor für chronische Erkrankungen öffnen. Und das darf nicht passieren, denn du bist ein engagierter Mensch in deinem Leben. Du gestaltest, du möchtest vorankommen, du entwickelst andere Menschen auch dabei durchaus weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass du einfach gesund bist und in deiner Energie bleibst. Also lass uns doch direkt mal so eine Situation nehmen. Möglicherweise hast du im Büro so einen Tisch, einen Empfangsbereich und da steht gerne so eine schöne Schale mit bunten Sachen. So gummiartig, vielleicht auch die ein oder andere bunte Plastikverpackung. Vielleicht hast du auch eine heimliche Schublade an deinem Schreibtisch. Wenn du die aufmachst, dann blinkt es da drin und wenn du reingreifst, dann knistert es wie verrückt. Und das passiert leider mehrfach am Tag, dass du reingreifst. Und jedes Mal, wenn du an dieser Stelle vorbeikommst, dann bist du in der Situation, greife ich zu oder schaffe ich es, einfach so vorbeizugehen. Vielleicht kennst du die Situation auch vom Buffet. Es ist toll angerichtet. Es war schon die dritte Runde, die du gerade gemacht hast. Es geht auch noch eine vierte und auch noch eine fünfte. Und wenn du da hinten mal auf die Nachspeisen guckst, die sehen so lecker aus. Und heute darf es doch mal. Ja, heute darf es mal, aber nicht in der Häufigkeit, in der das Menschen oft in ihrem Leben machen. Denn dann versaust du dir einfach das, was du an Riesenpotenzial für dich persönlich mitbekommen hast. Und deswegen, es geht immer um folgende Situation. Entscheidest du dich für die kurzfristige Befriedigung? Haust du dir den Kram rein und kriegst so diesen kleinen Dopaminstoß, den Serotoninausschüttung, dieses Gefühl von Glückshormon? Oder entscheidest du dich, dass du nächste Woche auch noch in den Spiegel gucken willst und dir gefallen möchtest? Dass du möglicherweise auch einfach sagst, ich habe das jetzt gemerkt, dass das meiner Gesundheit und meiner Energie nicht gut tut. Und ich verstehe, dass das letztlich eine Abfolge auch ist, mit hoher Energie meine Gesundheit zu erhalten. Dann darfst du dich einfach für dein langfristiges Glück entscheiden. Und darfst dir schon vorab klar sein, was bedeutet das, wenn ich zu häufig diesem Drang nach der kurzfristigen Befriedigung nachgebe. Und genau darüber möchte ich jetzt einmal mit dir sprechen. Und ich will mit dir auch direkt in diesen Prozess einmal reingehen. Denn das Wichtigste, was wir brauchen, ist Bewusstsein. Bewusstsein dafür, was das eigene Handeln letztlich für Konsequenzen hat. Und dafür ist es entscheidend, dass du dich fragst, auch gerade wenn es um Gesundheit, um langfristige Fitness, um langfristige Leistungsfähigkeit, um langfristige Performance geht. Es ist entscheidend, dass du dir die Frage stellst, wie wichtig ist es für dein Leben, gesund, leistungsfähig, produktiv zu sein. Und wie wichtig ist das für dein Lebensziel? Und daran schließt direkt die nächste Frage an. Wer ist deiner Meinung nach für deine Gesundheit verantwortlich? Bist du selber dafür verantwortlich? Bist du dir auch dieser Verantwortung bewusst? Nimmst du diese Verantwortung auch an? Oder sind andere dafür verantwortlich? Also zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin, dein Arzt, deine Ärztin, deine Krankenkasse, deine Pharmaindustrie der Wahl. Die Pillen, die du schluckst oder ähnliches. Und an dieser Stelle hilft es dir, wenn du diese Fragen nämlich mit ganz klar, ja, ich bin persönlich dafür verantwortlich, beantworten kannst. Dann hast du auch die Chance mit dem Bewusstsein, wo du letztlich auch hinkommen möchtest, einen Hebel zu finden. Und jetzt Achtung, wir gehen direkt einmal in diesen Prozess rein. Die Frage ist doch, was passiert, wenn du regelmäßig auf diese kleinen Versuchungen im Alltag zurückgreifst? Was passiert dann? Gefällst du dir so im Spiegel, wenn du reinschaust und weißt, dass das eigentlich gerade deine Figur ruiniert? Dass diese kleinen Zuckerdröhnungen letztlich deine Bauchspeicheldrüse enorm belasten, deinen gesamten Fettstoffwechsel lahmlegen und letztlich auch nur zu einem minimalen Energieanstieg für eine ganz kurze Zeit führen, damit es danach so richtig in den Keller geht? Hilft dir das für das, was du gerne für dich sein möchtest und was du auch erreichen möchtest? Und wenn du zu der Erkenntnis kommst, dass du weder fett sein möchtest, noch irgendwie müde im Spiegel aussehen möchtest, noch irgendwie häufig mit Infekten zu tun hast, dann ist das eine gute Grundlage, um eine Entscheidung für dich zu fällen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Und bei diesem nächsten Schritt ist es entscheidend, dass du für dich direkt ein Ziel definierst. Nehmen wir mal an, du definierst ganz allgemein erstmal, du möchtest fitter sein, du möchtest dich leistungsfähiger fühlen. Dann frage ich dich, hilft es dafür, auf der Couch zu liegen? Wenn du sagst, du möchtest schlanker sein, sportlicher aussehen, dann frage ich dich, hilft es dir dabei, immer wieder zwischendurch auf irgendwelchen Süßkram zurückzugreifen oder häufiger Nachspeisen zu essen oder häufiger Nachschlag zu nehmen? Hilft dir das dabei? Und wenn dir das nicht dabei hilft, dann kannst du wieder bewerten, wie wichtig ist dir das Erreichen dieses Ziels für dein Leben, für dein persönliches Wohlbefinden, für dein persönliches Glück und auch langfristiges Glück. Und wenn du zu der Entscheidung kommst, dass dir das wichtig ist, dann entscheide dich auch dafür, die Eigenschaften, die du im Alltag verfolgst, die Dinge, die du im Alltag machst, danach auszurichten. Wenn du dieser Entscheidung für dich klar fällst, dann fang an. Und das ist wirklich super trivial. Fang heute an, es zu verändern. Schieb es nicht auf morgen, fang heute an. Und zwar damit Dinge, die dich belasten, die dich krank machen, die dir deine Energie rauben, zu wenden. Und Dinge, die dazu beitragen, dass du dich wohler fühlst, dass du leistungsfähiger bist, dass du deinem Ziel näher kommst, damit startest du. Du kannst ja immer bestimmte Dinge, die deiner Gesundheit schaden, dir reduzieren. Und Dinge, die deiner Gesundheit gut tun, die kannst du ausbauen. So hast du zwei Hebel, an denen du gleichzeitig arbeiten kannst. Und für die Umsetzung, mit dieser Entscheidung, mit dem Moment auch wirklich zu beginnen und es nicht nur gelabert zu haben oder sich erträumt zu haben, geht's los. Ist die Reise begonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der wichtigste Punkt. Das Entscheidendste ist, anzufangen. Das zweitwichtigste ist, dabei zu bleiben. Sorry, keine große Überraschung, aber ein wichtiger Punkt. Starten, weitermachen. Und bei diesem Weitermachen gibt es ein paar ganz entscheidende Punkte. Nämlich das Erste, keine Ausnahmen am Anfang zulassen. Weißt du, unser Gehirn ist so clever aufgebaut. Jede kleine Ausnahme wird direkt riesengroß aufgeblasen. Das heißt ja so schön, einmal ist keinmal. Nein, einmal zu Beginn deiner neuen Gewohnheitsbildung ist absolut zerstörerisch. Weil du hast die Tür jetzt für das Thema der Ausreden geöffnet. Und ich kann dir versprechen, selbst wenn sie nur ein Spalt weit offen ist, die nächste steht schon in der Schlange und möchte durch diese Türe treten. Deswegen, am Anfang kannst du dieses, nimm es als Bild, dieses kleine Pflänzchen, was du gerade eingesät hast, das darf jetzt Licht bekommen, das darf jetzt Wasser bekommen. Und das ist deine ganz persönliche Aufmerksamkeit und dein Commitment, dich auch um diese Sache zu kümmern, sie zu entwickeln, sie voranzubringen. Und dabei entsteht dann ein immer größer werdendes Gebilde, ein Baum, ein ganz, ganz starkes Konstrukt, was nicht mehr diese hohe Pflege braucht, sondern dann wirklich gewachsen ist. Und dabei spielt dann im zweiten Schritt, nebst der Aussage, keine Ausnahmen, die sind tabu, das Thema der Dauer und der Wiederholung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dabei kann ich dir ganz klar sagen, es geht darum, dass das, laut Wissenschaft ist das so, um die 60 bis 90 Tage, 66 Tage etwas kontinuierlich durchzuführen. Und wichtig ist Regelmäßigkeit. Die Frequenz spielt immer eine größere Rolle. Du kannst dir ja überlegen, dass du einmal die Woche etwas anders machst, dann wird dir klar sein, dass das weit weniger Impact hat, als wenn du jeden Tag etwas durchführst und damit sehr, sehr schnell zu einer Gewohnheitsbildung beiträgst. Und deswegen, mach dir kurz folgenden Schritt auch in der Entwicklung dieser neuen positiven Gewohnheiten klar. Du entscheidest dich dafür, etwas bewusst wahrzunehmen. Du merkst, dass etwas nicht zu deinem Ziel passt und damit veränderst du dein Verhalten. Und dann hast du am Anfang diesen guten Willen. Du hast diese Einstellung gewonnen, da auch hinzuwollen. Beginnst jetzt den Prozess und wirst über die Wiederholung und die Häufigkeit im Zuge von ungefähr 60 bis 90 Tagen eine Gewohnheit entwickelt haben. Jetzt ist es schon ein starker Begleiter. Jetzt hast du es viel, viel stärker verinnerlicht als am Anfang. Der gute Wille wird durch die gebildete Gewohnheit ersetzt. Und jetzt wird es spannend. Denn nach einem Zeitraum von ungefähr vier bis sechs Monaten entwickelt sich ein Ritual oder kann sich entwickeln. Das ist so dieser Moment, beispielsweise was das Zähneputzen angeht. Die meisten Menschen gehen ja Gott sei Dank morgens mit geputzten Zähnen und einer guten Mundhygiene in dem Sinne aus dem Haus raus, ohne dass sie sich dafür ganz bewusst nochmal entscheiden und diesen Struggle mit sich selber durchführen dürfen. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Das ist verinnerlicht, das ist sogar ritualisiert. Und wenn es mal aus welchen Gründen auch immer vergessen wird oder die Zeit so extrem knapp ist, weil ein Mensch verschlafen hat, dann schämt er sich in dem Moment. Dann versteckt er sich und denkt nur, hoffentlich sieht niemand, dass ich mir die Zähne nicht geputzt habe. Und das ist letztlich das Stärkste, was wir erreichen können, um gute Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren, sie zu ritualisieren. Dann sind sie ein ganz, ganz fester Baustein im Leben, sind eigentlich durch nichts mehr umzuschmeißen. Und du hast eine viel, viel größere Gelassenheit und auch Entlastung bei der Umsetzung, weil du dir darüber gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gedanken machen musst. Wenn es trotzdem nicht mal jetzt zu dem Zustand kommt, dass du es nicht gemacht hast, dann fühlst du dich ein bisschen nackt, dann fehlt dir etwas. Und jetzt kann ich dir an der Stelle sagen, das nächste Mal, wenn du an dieser Schale vorbeigehst oder wenn du deine Schublade aufmachst, wenn du dich müde fühlst, dich belohnen möchtest oder sowas, dann überleg dir. Mach es, mach es. Es ist deine Entscheidung und trag die Konsequenzen. Egal, was ich dir heute sage, es ist dein Leben, es ist deine Gesundheit, es ist deine Energie, es ist dein Impact, den du für dich in deinem Umfeld hast. Also entscheide dich dafür bewusst, dann den Fehler zu begehen. Das kannst du vorübergehend machen. Oder überlege dir, was du langfristig damit erreichen kannst, wenn du mit deiner Gesundheit sorgsam und bewusst umgehst. Und mach es zumindest einfach viel, viel häufiger anders und entscheide dich auch ganz bewusst für dich und deine Gesundheit. Ich wünsche dir bei diesem Prozess unheimlich viel Spaß. Wenn du Unterstützung brauchst, kann ich das an der Stelle hundertprozentig leisten. Dann musst du dich einfach einmal mit mir persönlich in Verbindung setzen, mit meinem Team. In diesem Sinne alles Gute bei den Genussmomenten und bei den Entscheidungen für deine Gesundheit. Dann kannst du dich einfach mal mit mir persönlich übernehmen.